Ultimate T10 mit Kettenschaltung spricht für ein etwas sportigeres Rad aus eurem Segment. Was bedeutet für euch die Ultimate Serie? Hier haben wir jetzt das Ultimate T10 HMB, sprich mit dem Bosch Antrieb. Die Ultimate Serie ist unsere, wie du schon sagst, aufwendige High-End Klasse in unserer Kollektion. Sprich, man sieht den aufwendig gearbeiteten Rahmen, die polierten Schweißnähte. Es ist ein leichteres Fahrrad im Trekking-Segment. Wir haben jetzt kein Gazilla City Bike vor uns, sondern wirklich ein Trekkingrad. Und was alle eure Räder auszeichnet, man hat natürlich trotzdem eine sehr bequeme Sitzposition. Genau, die aufrechte Sitzgeometrie, Ride Like The Dutch, so schön wie wir es sagen, ist natürlich ein Merkmal, was alle unsere Fahrräder ausmacht. Sowie natürlich auch im sportiveren Segment der Ultimate Serie. Ich finde den Rahmen wahnsinnig elegant, gerade mit den Zweirohren, die eben nicht so massiv rüberkommen wie so ein Zentralrohrrahmen. Und trotzdem eine hohe Steifigkeit ausmacht. Die Schweißnähte, das ist so ein Ding, was man auch gerne putzt und gerne im Keller stehen hat, aber natürlich genauso gerne fährt. Finde ich klasse. Vielen Dank erstmal. Gerne. 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 Gerne.